Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin momentan bei 58.200 US-Dollar. Wir hatten gestern Abend bzw. heute Nacht einen leichten Abverkauf auf 56.000 US-Dollar. Wirkliche News gab es dafür nicht. Der Markt hat einfach ein bisschen nach unten hin korrigiert. Wir haben unsere Ineffizienz fast gefüllt hier. Zwar noch nicht ganz, das war unser Mindestziel, sag ich jetzt einfach mal. Unsere Short-Position wurde noch nicht abgeholt. Ob die möglicherweise noch abgeholt wird, all das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen. Wir werden natürlich auch auf Ethereum, Gold, Stocks und natürlich auch auf die Forex-Preise gucken. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und natürlich gerne in die kostenlosen Telegram-Talk- und Signalgruppen reinjoinen. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos wie immer unten in der Videobeschreibung. Und noch mal ein bisschen Eigenwerbung für meinen neuen YouTube-Kanal bzw. für den Zweitkanal. Gerne mal da vorbeigucken. In der Telegram-Gruppe habe ich den Link gestern schon mal gepostet. Kommt heute um 15 Uhr ein neues Video. Würde ich mich freuen, wenn ihr auch da ein bisschen Liebe da lasst. So, jetzt aber rein. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei 58.200 US-Dollar. Der Abverkauf gestern nicht wirklich, sage ich jetzt mal radikal, mit sehr, sehr viel Handelsvolumen. Man sieht es hier, es war eigentlich ganz normaler Abverkauf hier. Wir hatten keine wirklichen Pumps & Dumps mehr. 56k ging es runter. Leider, muss man ehrlicherweise sagen, haben wir die Ineffizienz hier unten bei 55.400 US-Dollar nicht ganz gefüllt. Stört mich ehrlich gesagt ein bisschen. So generell diese ganze Struktur, die wir hier momentan gebildet haben, gefällt mir nicht wirklich. Wenn wir uns mal das FIP-Level ziehen, von unserem Tief, wo wir gebildet haben bei 48.900 US-Dollar bis zu unserem Zwischentop jetzt hier bei 62.900 US-Dollar. Sehen wir, okay, wir haben hier nicht mal das 05er Fibonacci Retracement Level erreicht. Kein Pivot S1 und auch nicht das Golden Pocket. Das heißt, wir haben unter uns noch ein bisschen Luft nach unten, was wir früher oder später auf jeden Fall noch abholen sollten. Also das ist so dieser Zielbereich, auf den ich ja vorgestern schon darauf hingewiesen habe, den wir uns holen sollten, bevor wir dann möglicherweise nochmal einen neuen Anlauf in Richtung 64.000, 65.000 US-Dollar starten. Nervt mich immer noch, dass wir hier oben diese Short-Position nicht abgeholt bekommen haben, obwohl es charttechnisch eigentlich absolut sinnvoll gewesen wäre, weil wir hier noch diesen WIC gehabt hätten. Wir hätten hier oben genug Liquidität gehabt, also es hätte eigentlich alles passen müssen für diesen Short. Aber gut, man kann es jetzt erst einmal nicht ändern. Dann gehen wir mal in den 4-Stunden-Timeframe, wie sieht es da aus? Im Endeffekt das gleiche Spiel wie auf den 1-Stunden-Timeframe. Für mich persönlich sinnvoller wäre Richtung 0,5er mindestens oder sogar ins Golden Pocket, um die Liquidität hier unten erst einmal abzuholen und von hier aus dann, sage ich mal, einen neuen Versuch nach oben hin zu starten. Das ist jetzt erstmal so die Kurzzusammenfassung. Mehr gibt sich zu erzählen momentan. Sollten wir das Golden Pocket verlieren, save dann wieder die 48.000 bis 49.000 US-Dollar in Play. Okay, wegen diesen vielen WICs, wegen der Liquidität, die hier unten einfach liegt, sollte eigentlich noch abgeholt werden. Vor allem, wenn wir uns das mal auf dem Daily-Timeframe angucken, ist dieser WIC sehr, also dieser doch, je nachdem wie ihr es nennen möchtet, sehr, sehr groß bzw. fällt halt sehr ins Gewicht hier rein. Und das stört mich. Und normalerweise werden diese WICs früher oder später immer abgeholt. Das habe ich euch schon hunderttausend Mal gesagt und dabei bleibe ich auch momentan, dass wir früher oder später vielleicht noch diesen oder diese Level sehen werden. Ethereum, gleiches Spiel, nur hier muss man jetzt auch leider sagen, dass wir hier ein bisschen bearischer jetzt abgedriftet sind. Ziel war ja eigentlich hier oben das Golden Pocket, mindestens das Golden Pocket, wenn nicht sogar die Ineffizienz hier bei 3,1. Markt hatte es vorher auch hier schon wieder gedreht beim 0,5er. Gleichzeitig haben wir jetzt hier diesen Abtrend, diese gelbe Linie, jetzt erst einmal nach unten hindurchbrochen. Auch nicht wirklich bullish, muss man ehrlicherweise sagen. Also die Märkte momentan schwer einzuordnen, zumindest was den Kryptobereich anbelangt. Meiner Meinung nach auch hier Golden Pocket bei 2.350 US-Dollar, beziehungsweise 0,5er bei 2.450 US-Dollar mit dem Pivot hier unten noch. Sollte zumindest eins von diesen beiden Leveln angelaufen werden, bevor wir hier möglicherweise mit einer Erholung nach oben hin rechnen können. Also das heißt, auch hier bleibe ich jetzt erst einmal bearisch. Problematisch ist, wir haben jetzt Wochenende, das heißt Liquidität sowieso dann gleich wieder 0. Newstechnisch wird wahrscheinlich nicht viel passieren, außer global wieder irgendwelche Ereignisse oder sonst was. Oder die Affenpocken brechen plötzlich überall weltweit aus oder Zombie-Apokalypse. Wer weiß das schon, Impfstoffe gibt es bestimmt. Spaß beiseite. Werde ich wahrscheinlich heute nicht mehr in irgendwelche Trades reingehen oder wir werden da heute nicht mehr in irgendwelche Trades reingehen. Da warte ich dann lieber auf Montag und auf Ruhe im Markt, beziehungsweise was sich so am Wochenende dann getan hat. Ja, gehen wir rüber zu Gold, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Hier warte ich immer noch aufs neue All-Time-High. Also die Shortbox habe ich euch vorgestern schon gezeigt. Wenig Veränderung hier in diesem Marktbereich. 2500 bis 2514, das ist unsere Short-Area. Beziehungsweise je nachdem, wie wir dann hier oben bei unserem All-Time-High bei 2484 US-Dollar reagieren. Entweder gehen wir da Short oder dann unsere Shortbox hier oben. Aber da bleibe ich erstmal dabei. Hier ist einfach eine Menge aufgestaut in diesem Bereich. Das sollte abgeholt werden und dann hoch mit Richtung neues All-Time-High. Und dann möglicherweise der größere Abverkauf. Thema DAX, würde ich jetzt sagen, können wir unsere Position verdoppeln. Sieht ganz gut aus. Also Position jetzt verdoppeln, wenn die Märkte dann öffnen. 18.180 Punkte, perfekt eigentlich. Also wir haben das Golden Pocket durchbrochen, deswegen wollte ich da jetzt gestern nicht instant reingehen. Aber so der Close war ganz gut. Richtung Ineffizienz ist hier eigentlich perfekt. Das heißt Position verdoppeln, Stop-Loss bleibt auf Entry. Position einfach verdoppeln. Das heißt, wir haben da einen neuen Entry. Den muss ich noch berechnen. Der müsste dann aber hier so bei 18.5, 18.4 liegen. Würde aber passen. Und dann nächste Woche können wir hier neuen Abverkauf dann auf jeden Fall sehen. Das heißt, kein Risikoposition verdoppelt und schauen, was nächste Woche abgeht. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt noch diese Woche machen würde. Dann würde ich noch sagen, Euro gegenüber US-Dollar auch hier kurz vor Take Profit 1 verpasst. Take Profit 1 war hier dieser R1-Punkt. Minimal verpasst. Nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber trotzdem, die Position bleibt offen. Stop-Loss Entry würde ich noch nicht machen, ehrlich gesagt. Da würde ich noch ein bisschen warten. Aber erster Take Profit hier unten eben, da wo dieser Pivot liegt, R1. Und dann gib ihm. Ansonsten, wie gesagt, tut sich relativ wenig am Markt. Kryptomarkt ist relativ ruhig. Wir müssen gucken, was die Stockmärkte noch so machen. DAX hat zwar doppelt. Euro läuft ganz gut. Gold müssen wir warten. Und Krypto wird dann wahrscheinlich erst nächste Woche wieder in irgendwelche Trades gegangen. Ansonsten würde ich sagen, kurz knackiges Update. Wie gesagt, heute um 15 Uhr auf dem neuen YouTube-Kanal. Gerne mal abchecken diesen Kanal. Und auch gerne Support da lassen. Würde ich mich auf jeden Fall riesig drüber freuen. 15 Uhr kommt das neue Video online. Und dann würde ich sagen, hören wir uns später wieder. Wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und genießt auch das Wochenende ein bisschen. Und guckt nicht zu viel auf die Charts. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.